Axel Brummer ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Der im rhein-hessischen Patenheim aufgewachsene Brummer begann das Fußballspielen bei der SG Patenheim, wechselte später zur Jugend des 1. FSV Mainz 05 und danach zum 1. FC Kaiserslautern. Dort debütierte er bereits als 1-7-Jähriger am 23. November 1979 im Profifußball beim 3-1 Heimsieg des FC K. gegen Werder Bremen. 1981 wurde Brummer mit der deutschen U20-Junioren-Weltmeister. Nach seiner Bundesliga-Zeit wechselte er 1984 in die 2. Liga zu Kekas Offenbach, für die er bis 1991 spielte. Danach war er beim Oberligisten SVW in Aktiv, bei RwO Alzey spielte er von 1993 bis 1997, mit denen er zum Abschluss seiner semiprofessionellen Karriere in die Oberliga aufstieg. Ab Sommer 1997 kam er dann wieder zu seinem Heimatverein SG Patenheim, bei dem er bis 2003 Spielertrainer war. Insgesamt kam Axel Brummer auf 73 Einsätze in der Bundesliga und 66 Spiele in der 2. Liga. Bis 2011 war Axel Brummer als Trainer beim FSV Saulheim in der Bezirksliga Rhein-Hessen tätig. Seit Juni 2013 ist der Trainer beim TUS 1848 E.V. Bibelnheim.